ja ein scout und jetzt verstehe die leute nicht ich hab ein gegner was pinkst du denn digga purple wo sind deine scouts verwickte scheiße deswegen bin ich underrated im team games wie die gate wofür brauche ich denn jetzt ein geld die scouts sich die archer man fucking hell der nennt mich ein idioten wir wissen wenn Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das dümmste, was die jemals gemacht haben für Nomad Maps Real Talk PNE, was ist denn jetzt PNE? Ich würde ja gerne PNE schicken, wenn ich wüsste, was das ist! Wofür braucht er denn Schafe, Mann? Oh mein Gott, die ganzen Schafe hier, please, gif, 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 gif. Ich will alle haben, was für ein Mann, alter, wofür brauchst du denn Schafe? Elaborate! Zum Scouten! Zum Scouten! Zum Scouten! Zum Scouten! Wer hätte denn da mit rechnen können? Wer hätte denn da mit rechnen können? Boah, Minute 17, die ersten Scouts! Das ist interessant! Und... Ja, GG, nech? Der hat sogar schon Fletschung gemacht! Okay, ja, ich bin am Arsch! Ich bin komplett am Arsch! Ich hasse African Clearing, es ist so eine dämliche Map! Wenn wir den Stable Denied bin ich am Arsch! Also jetzt schon eigentlich? Hm, wir haben kein Food Income mehr. Pure Vernichtung. Ja, ist halt geil auf einer Map, wo Scouting keine Rolle spielt und generell sonst nichts. Irgendwie. Außer du machst was und wenn der Gegner was anderes macht, zufällig, was dich kontert, hast du halt verloren. Das ist genau die gleiche Scheiße wie auf Arena, nur dass es hier irgendwie noch extremer ist. Ja, ping doch, Mann! Was soll ich denn machen? Was willst du von mir, Alter? Ich hab 19, willst! Wo ist deine Burg? Ah, Tower, ja! Guck, wie viele Kongs du aus dem Tower rauskriegst! Ich hab 20! Wo ist deine Burg? Dann kam das ohne für dich los. Ich hab 20 Leute. Ich hab 20 Leute. willst und noch nicht mal eine Burg auf, wo du seit 30 Minuten im Castle Age bist. 1800, der hat gar keine Ahnung. So, guck mal, zeig mir mal, was du jetzt mit deinem geilen Tower machst hier. Bin gespannt, Bro. Zeig mir, was dein Gameplan ist. Zeig, warum das nicht GG ist. Hm, komisch. Gelb stirbt, ich bin tot. Rot stirbt. Das ist jetzt, warum nicht GG genau? Weil Rot im Castle Age ist und absolut nichts hat? Wie kann man denn nur so dämlich sein? Ich verstehe es nicht. Nicht, weil sie schlecht gespielt haben. Das hab ich ja auch. Das ist ja voll okay. Nur, wie kann man denn so dämlich sein und nicht blicken, dass das durch ist? Was denkst du denn, was jetzt noch passiert? Unfassbar, ehrlich. Hey, Tina, du willst es? Neuer Running Gag. So, das war's. Ich spiel heute nicht mehr. Team Games mit Random sind ja wirklich der allergrößte Müll. Das kannst du ja keinem erzählen. Ich spiel heute nicht mehr.